MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Name? Felix Eckart. Geburtstag? 1.04.1972. Geburtsort? Westberlin. Profession? Jurist, Philosoph, Soziologe und Religionswissenschaftler. Eigentlich heute transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforscher. Was treibt Sie an? Ich denke gerne, ich verstehe gerne, was Menschen faktisch antreibt. Und ich denke auch gerne darüber nach, was richtig ist, im ethischen oder rechtlichen Sinne. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Primär in Leipzig, vielleicht noch in Berlin, globaler gesprochen, in Mitteldeutschland, in seinen wunderbaren Städten und in Europa. Welche Musik hat jüngst berührt? Ich liebe bis heute klassische Musik Rachmaninoff und Mendelssohn zum Beispiel. Ich bin aber auch seit über 30 Jahren sehr großer Depech-Muth-Fan. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Was jetzt ungerichtetes Interesse angeht, habe ich zuletzt die zwei Bücher von Yuval Harari, Homo Deus und eine kurze Geschichte der Menschheit gelesen. Lesen Sie die Zeitung analog oder digital? Meistens digital. Ich habe aber prinzipiell auch gerne analog was in der Hand. Wie beginnt der Tag? Ich bin da sehr flexibel. Mein Tag beginnt zwischen morgens um vier und morgens um halb neun. Meistens dadurch, dass meine Söhne mich wehen. Felix Eckert ist bei uns. Herzlich willkommen bei MDR Kultur. Hallo. Zwischen vier und halb neun. Das ist eine große Bandbreite. Wieso schon um vier? Ihr kleiner Sohn macht Sie wach? Ich habe zwei kleine Söhne, die stehen aber eigentlich nicht so früh auf. Ich habe viele Vortragsreisen und ich kann auch zu sehr unterschiedlichen Tageszeiten sehr gut arbeiten und was mit dem Tag anfangen. Also auch Nachtarbeiter zum Teil? Das kommt schon vor, wobei ich es mir eigentlich ein kleines Stück weit abgewöhnt habe. Und Nachtarbeit mache ich dann schon eher oder würde ich nicht eher das nennen, was morgens um vier oder fünf beginnt. Das mache ich tatsächlich auch nicht so oft, sondern eher, wenn man abends lange macht. Aber ich mache tatsächlich nicht mehr so oft bis nach um zwölf. Und Sie sind Nachhaltigkeitsforscher. Dieser Begriff ist ja noch gar nicht so alt. Das ist ja einer, der seit ein paar Jahren eigentlich so ein bisschen erst im Gespräch ist, Nachhaltigkeit. Also früher sagte man vielleicht grüne Themen oder Umweltthemen, jetzt geht es um Nachhaltigkeit. Es ist gar nicht so einfach, das zu definieren. Das heißt, man tut etwas, ohne die nachfolgenden Generationen zu schädigen. Ist das Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist das Ideal, so zu leben und zu wirtschaften, dass es auch dann noch gut geht, wenn alle Menschen weltweit und auf Dauer in einer bestimmten Weise leben. In diesem Sinne ist das, was wir in Deutschland, in Europa machen, ziemlich sicher nicht nachhaltig in entscheidenden Hinsichten. Wir haben einen viel zu großen ökologischen Fußabdruck. Wenn das auf Dauer so weiterläuft und dann auch weltweit kopiert wird, dann ist das ein massives Problem. Sie haben keinen Führerschein, soweit ich weiß. Und wollen auch dabei bleiben. Ich habe keinen Führerschein und er fehlt mir nicht. Kein Moment irgendwann in Ihrem Leben, wo Sie gedacht haben, oh, irgendwo verloren, der Bus fällt aus, der Zug fällt aus. Keiner bringt mich hier weg, ich habe auch kein Fahrrad dabei, nicht mal einen Roller oder irgendetwas. Aber vielleicht ein Auto und nein, ich kann es nicht fahren. Irgendwo auf dem Dorf, nach zum Drei. Es gibt sicherlich Situationen, wo ein Auto von Vorteil sein kann. Aber mich stört das überhaupt nicht genau, wie ich zum Beispiel seit vielen Jahren nicht mehr in Urlaub geflogen bin. Jetzt kann ich natürlich sagen, sicherlich ist es auch in Malaysia oder in Feuerland vielleicht ganz interessant. Aber gucken Sie mal alleine vor der Haustür. Wir haben hier im Sendegebiet traumhafte Städte. Wir haben Leipzig, Dresden, Erfurt, Weimar, Naumburg, Wittenberg, Wernigerode, Eisenach, Erfurt. Ich breche die Aufzählung ab an der Stelle. Grandios, aber wir haben keine Palmen, wir haben keinen karibischen Strand, wir haben kein Broadway in Manhattan. Das haben wir nicht, da muss man hinfliegen. Ich habe gerade auf einer internationalen Tagung in Südtirol, in Meran, einen Vortrag gehalten, da gibt es Palmen. Da bin ich mit dem Zugfliegen gekommen und die Zugfahrt war traumhaft und es war viel schöner als jeder Flug. Ich finde auch so emotional, ästhetisch, Flughäfen und Flugzeuge außerordentlich unangenehm. Ich finde Züge sehr viel interessanter, sie kriegen einen Eindruck, sie merken, wie sich so die Landschaft ändert, wie sich die Leute vielleicht manchmal ein bisschen ändern. Es macht mir sehr viel mehr Spaß und man kann es im Übrigen auch sehr viel besser, eigennützig gesprochen, besser nutzen. Sie können vernünftig arbeiten in Zügen und außerdem tue ich einfach auch gerne Dinge, weil ich sie für richtig halte und ich halte es für keine gute Idee, rumzufliegen, allein deshalb, weil mir das vielleicht Spaß macht und einfach zu sagen, naja gut, Klimawandel, egal, wenn der Bauer in 50 Jahren in Bangladesch vielleicht kein Land mehr hat, weil der Meeresspiegel steigt. Wenn Züge mal fahren, das ist der Punkt, sie sind ja von Leipzig rübergekommen nach Halle und das ist im Moment gar nicht so einfach, weil der Hauptbahnhof in Halle gesperrt ist für mehrere Tage und zwar komplett gesperrt. Das heißt Schienersatzverkehr mit Bussen, mit großen Dieselmotoren und sie sind sehr knapp hier angekommen. Das sind so Momente, glaube ich, wo man dann doch frustriert ist, oder? Bei Autofahrten kann ihnen auch was passieren. Sie können auch da Stau haben, Unfall haben, sie können die Zeit nicht verdünftig nutzen. Aber das nimmt man, das akzeptiert man irgendwie eher, als bei öffentlichem Nahverkehr. Die Frage ist, wer dieses Mann ist in ihrem Satz. Ich selber habe diese Einstellung nicht und ich habe sie auch noch nie gehabt. Ich beobachte allerdings, dass viele diese Einstellung haben. Stau ist etwas Normales. Stau ist etwas Normales. Menschen unterliegen ja verschiedenen Verhaltensantrieben. Das sind ja nicht nur Fakteninformationen und Werthaltungen, die unser Verhalten prägen. Dann wären wir alle riesengroße Klimaschützer. So oft wie wir in Deutschland über das Thema reden, so viel wie wir darüber bekannt sind und so wichtig, wie uns das abstrakt ist. Aber wir sind auch eigennützig, egal ob wir jetzt normalen Menschen sind oder Politiker oder Unternehmer. Und wir unterliegen Normalitätsvorstellungen. Und wir leben halt in einer Welt, wo es normal ist, jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, jeden Tag ein großes Stück Fleisch zu essen und natürlich dreimal in Urlaub zu fliegen. Das machen meine Facebook-Freunde doch auch alle. Die haben da auch alle ihre Malaysia-Fotos oder Indonesien-Fotos. Das fühlt sich ganz normal an. Ich merke viel mehr, wenn ich davon abweiche, als wenn ich mich innerhalb dieser Norm bewege. Und das tun ja all diese Menschen. Die fahren ja auch Auto, essen viel Fleisch und fliegen durch die Welt, die sich trotzdem als ökologisch bewusst bezeichnen würden. Dazu gehöre übrigens auch ich, ehrlich gesagt. Ich fahre auch sehr viel Fahrrad. Aber hin und wieder sitze ich auch in einem Auto, mache auch einen langen Flug und esse auch sehr gerne Fleisch. Ich esse außerordentlich gern vegetarisches. Es gibt nichts Leckeres als ein richtig leckeres vegetarisches Buffet. Und es fühlt sich außerdem gut an, dass man statistisch damit länger lebt. Dass man sehr viel weniger Ressourcen in Anspruch nimmt, vorausgesetzt man kapriziert sich jetzt nicht primär auf Erdbeeren im Januar oder ähnliches. Aber man hat tatsächlich da, ungeachtet aller Detail-Aussagen, die man treffen kann, doch eigentlich erstmal ein gutes Gefühl. Man fühlt sich auch leichter, wenn ich zum Abi-Treffen gehe mit den Jungs von damals, dann haben die alle eine Wampe vorne dran. Ja, ich bin der Sportliste und Schlanksteier und ich bin Mitte 40. Das kann ich bestätigen hier, was das Schlanke angeht auf jeden Fall. Gut, aber es ist doch nicht so einfach. Ich meine auch für Sie das sicherlich. Sie sind ja auch kein Heiliger. Es gibt doch auch sicherlich für Sie Momente, wo Sie dann plötzlich vielleicht doch Ihr ökologisches Bewusstsein vergessen und irgendetwas tun, was Sie vielleicht nicht so toll finden. Aber Sie müssen es halt tun in dem Moment, weil es keine Alternativen gibt, oder? Gibt es immer Alternativen im Alltag? Ich bin kein Heiliger. Der Papst hat mich nicht heilig gesprochen und ich bin im Übrigen auch nicht katholisch. Und generell sind Menschen widersprüchlich. Wir unterliegen nicht den Normalitätsvorstellungen. Wir unterliegen auch anderen. Ja, wir wollen das eine und tun das andere. Wir sind emotional. Wir sind bequem. Wir unterliegen Gewohnheiten. Wir können Dinge wunderbar verdrängen. Wir haben alle unsere Ausreden, warum wir nicht anders leben können, als wir das tun vermeintlich. Und wir leben in Psychologen, nennen das kognitiven Dissonanzen. Das heißt, wir haben häufig eine Diskrepanz, ein Auseinanderfallen von Einstellung und Verhalten. Oder von Einstellung A und Einstellung B. Und wir haben unsere Techniken, wie zum Beispiel Verdrängung und Schönreden, um damit zu existieren. Das ist unheimlich menschlich und in einer Welt, die viel zu komplex ist für uns. Und in der wir im Grunde als Steinzeitmenschen immer noch rumlaufen, mit den Genen von Steinzeitmenschen, ganz normales Verhalten. Wir machen uns die Welt so schön einfach, wie sie uns gefällt. Genau darüber habe ich mein letztes Buch geschrieben, Kurzschluss, wie einfache Wahrheiten die Demokratie untergraben. Es reden alle von Populisten. In Wirklichkeit ist es allgemein menschlich, dass wir uns die Welt einfach machen. Das Problem ist nur, das ist eine Erklärung. Das ist keine Rechtfertigung. Wir sind trotzdem dabei, mit genau dieser Einstellung massiv ökologisch gegen den Baum zu fahren. Und wenn wir Pech haben, auch die Demokratie massiv gegen den Baum zu fahren. Gut, global und abstrakt verstehe ich das alles. Aber was sagt denn Ihre Familie zum Beispiel dazu? Ihre Frau, Ihre beiden Söhne? Dass der Papa immer irgendwie darauf besteht, mit dem Fahrrad fahren zu müssen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man darf nicht fliegen, man darf jenes nicht, kein Fleisch essen. Ist das nicht ein bisschen anstrengender für die Familie? Meine Kinder lieben, also meine Söhne sind fünf und drei, die lieben ihren Fahrradanhänger und der Größere jetzt auch inzwischen sein eigenes Fahrrad. Meine Kinder lieben Züge, die sind nämlich viel cooler und viel größer als ein kleines Auto, was aus dem noch stinkt. Also ich finde ein ICE irgendwie viel interessanter. Fliegen würden sie vielleicht irgendwann gerne mal, aber das vermissen sie auch nicht. Das sind ja diese Normalitäten, die sind ja ansozialisiert. Menschen haben immer Normalitätsvorstellungen. Sie leben es vor und dadurch wird es für die Kinder einfach... Psychologen sagen, Menschen sind Nachmacher zum großen Teil. Wir gucken gar nicht so sehr, was die Leute reden. Wir haben diese ganzen Prediger, die rumlaufen und die ganze Zeit reden. Interessant ist tatsächlich, was sie vormachen. Und dann können sie ganz andere Dinge normal finden. Mir macht mein Leben Riesenspaß, ich sehe überhaupt kein Problem. Und sagen wir es doch mal konkret, da kommen wir dann auch nicht mehr so einfach raus. Wir sind in einer Welt in Mitteleuropa, die ist im Grunde postreligiös. Es ist für Leute nicht mehr so evident klar, was der Sinn ist. Keiner lebt mehr heute für einen Kaiser, für einen Führer oder für einen lieben Gott. Oder selbst die Leute, die an den Glauben tun, sagen wir mal mehr so randlich. Das heißt, wir haben alle die große Frage, was wollen wir eigentlich machen? Und ein Versuch, aber ich finde ein ziemlich untauglicher Versuch, darauf zu reagieren, ist zu sagen, mein Fest im Jahr ist die Fernreise. Meine zwei und drei Fernreise, darauf fieber ich hin. Das ist so mein Sinn. Aber das ist einfach, wie wenn sie was kaufen. Sie freuen sich kurz drüber und dann ist es auch wieder vorbei. Sie kriegen das so nicht gelöst. Sie laufen davon vor was. Also Ruhe und Entspanntheit und wirkliche Zufriedenheit kriegen sie, glaube ich, nur an Maßen so in ihr Leben rein. Felix Eckert, Jurist, Philosoph, Berater an zahlreichen Kommissionen, übrigens auch ehemaliger Grüner, OB-Kandidat in Leipzig und auch BUND-Chef von Sachsen und vor allem Nachhaltigkeitsvorschein, Mann, der also von sich sagt, er selbst lebt diese Nachhaltigkeit. Hier bei uns zu Gast bei MDR Kultur. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eckart, Philosoph, Nachhaltigkeitsforscher und wir haben schon darüber gesprochen, wie er versucht, seine Nachhaltigkeitsvorstellungen in seinem eigenen Leben tatsächlich auch zu leben, mit seiner Familie, mit seinen zwei kleinen Söhnen und auch mit seiner Ehefrau und ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, ehrlich gesagt, weil ich, wie gesagt, auch gerne mal in ein Flugzeug steige und manchmal auch Auto fahre. Ich frage mich jetzt gerade, um mal beim Thema fliegen zu bleiben, was ja sehr viel Giftstoffe ausstößt, wenn man das tut, nämlich sehr viel mehr, glaube ich, als der Autoverkehr. Nachdem es Air Berlin nicht mehr gibt, hat die Lufthansa ja heftig die Inlandsflugpreise erhöht. Geht alles nur über Geld und man sieht nämlich auch, dass plötzlich die Bahn 10 Prozent mehr Zuwachs hat bei Passagieren. Geht doch nur alles über Geld? Wir sagten es, Menschen reagieren nicht allein auf Fakten und Werthaltungen, ansonsten hätten wir alle eine super persönliche Klimabilanz und Umweltbilanz. Es spielen schon Eigennutzenkalküler auch eine Rolle und da spielen Preise natürlich eine wesentliche rahmensetzende Rolle, wenn fossile Brennstoffe, die der Haupttreiber des Klimawandels sind, konsequent von der Politik aus dem Markt genommen werden würden, dann werden sie eines Tages erstens nicht mehr da und zweitens werden sie bis dahin deutlich teurer werden und das wird unser Verhalten natürlich komplett verändern. Gleichzeitig hilft es überhaupt nichts, jetzt anzufangen zu zetern über mangelnden politischen Willen oder die Unternehmen oder den Kapitalismus, weil wir natürlich die Politiker wählen. Und wir können auch Druck machen darauf, dass eine andere Politik gemacht wird. Wir können uns engagieren in Parteien, in NGOs, im Bekanntenkreis. Das ist eigentlich immer so gesellschaftlicher Wandel, läuft in so einem Wechselspiel verschiedener Akteure. Und da spielen wir alle als Konsumenten und eben auch potenzielle politische Akteure natürlich immer auch eine wesentliche Rolle. Ja, aber gut, aber an welcher Stelle lernt man als Bürger? Wo spürt man, dass sich etwas ändern sollte? An welcher Stelle? Jetzt im Alltag merken es viele nicht. Sie leben weiter ihr Leben. Ich habe über Wandel ja im Frühjahr ein Taschenbuch veröffentlicht. Wir können uns ändern, gesellschaftlicher Wandel jenseits von Kapitalismus, Kritik und Revolution. Menschen neigen zu einfachen Wahrheiten, auch bei der Erklärung von irgendwelchen Dingen, die ihnen passieren. Wenn irgendwas mit dem Klima schief geht, dann ist es der Kapitalismus oder die Unternehmen oder der mangelnde politische Wille. Das ist alles irgendwie relevant. Aber letzten Endes ist es immer dieses Wechselspiel verschiedener Akteure. Und auch wenn ich jetzt überlege, wie könnte es besser gehen, muss ich über das Wechselspiel reden. Wenn ich zum Beispiel frage, wie ändern sich denn Eigennutzen-Kalküle, dann kann ich sagen, ich persönlich würde mich anders verhalten, wenn der politische Rahmen anders gesetzt wäre. Wenn zum Beispiel die fossilen Brennstoffe deutlich teurer werden würden. Jetzt kann ich aber wieder fragen, warum wird diese Politik nicht gemacht? Das hängt auch wieder mit mir zusammen. Die Politiker werden ja nicht von Gott ins Amt eingesetzt. Die werden ja von uns da reingebracht. Weil diese, wenn ich kurz einhaken darf, weil die fossilen Brennstoffe ja immer auch zum Teil Grundlage unseres heutigen Wohlstands sind. Die fossilen Brennstoffe sind der wesentliche Treiber der Treibhausgasemission und des Klimawandels. Die fossilen Brennstoffe sind aber auch eng verbunden mit der Entstehung des modernen Kapitalismus, der wiederum eng verbunden ist mit der Entstehung der modernen Demokratie. Und unser ökonomisches Rückgrat immer noch. Die sind auf jeden Fall bei Strom, Wärme, Treibstoff, also zum Beispiel auch Autos oder Flüge und auch bei stofflichen Nutzungen wie Dünger und Kunststoffen bisher natürlich ganz zentral. Gleichzeitig lösen sie halt massiven volkswirtschaftlichen Schaden aus. Der Klimawandel ist ja nicht einfach nur ein bisschen schade, so für die Schmetterlinge und Vögel oder so, sondern ist für die Menschheit existenziell bedrohlich. Wenn Nahrung und Wasser in Teilen der Welt knapp werden aufgrund der globalen Erwärmung, drohen riesige Migrationsströme, massive Naturkatastrophen und vermehrt Kriege und Bürgerkriege und auch massive ökonomische Schäden. Insofern ist es ökonomisch irrational, wenn gerade auch die Regierungen im Sendegebiet, die Landesregierungen immer so tun, als wäre die Braunkohle ein besonders wirtschaftlicher Energieträger. Sie ist wirtschaftlich für die Unternehmen, die sie verkaufen und betriebswirtschaftlich interessant für die Kunden, die erst mal einen geringen Strompreis bezahlen, aber volkswirtschaftlich zahlen die Riesenkosten für die fossilen Brennstoffe. Also im Moment hängen davon eben immer noch tausende Arbeitsplätze, gerade in den Lausitz. Und was momentan aber auch daran hängt, wenn Sie mal gucken, was wir im Jahr an dreistelligen Milliardenbeträgen in Deutschland einsetzen im Gesundheitssystem für Folgeerkrankungen, die aufgrund fossiler Brennstoffe entstehen. Da geht es jetzt gar nicht um die Treibhausgase primär erst mal, sondern um die Luftschadstoffe, die auch deswegen emittiert werden, die halt zum Beispiel Lungenkrebs und ähnliches verursachen. Darüber redet keiner. Ja, insofern ist relativ klar, ein fossiler Ausstieg wäre volkswirtschaftlich insgesamt eine sinnvolle Maßnahme. Aber in der Tat, es hängen natürlich auch Arbeitsplätze dran und da muss man noch Alternativen anbieten. Zum Beispiel sagen, die Lausitz oder Mitteldeutschland werden Vorzeigeregionen für erneuerbare Energien. Aber können wir damit unseren Wohlstand halten? Ich sagte es, wenn wir weiter auf fossile Brennstoffe setzen... Aber das ist abstrakt. Das ist lange hin. Naja, das ist nicht lange hin. Das werden Sie relativ bald erleben. Sie haben jetzt ja schon Migrationsströme aus Afrika, nur dass es keiner mit so etwas wie Klimawandel in Verbindung bringt. Oder aus dem Nahen Osten. Gucken Sie mal, warum kommen die Leute aus dem Nahen Osten? Weil da Krieg ist. Warum ist der Krieg? Weil es da ein Gegeneinander gibt von sozusagen klassischen Diktatoren und Islamisten. Warum gibt es die klassischen Diktatoren? Weil wir ständig das Öl nachfragen aus dem Nahen Osten. Und wir Westler seit Jahrzehnten diese klassischen Diktatoren im Amt halten. Das heißt, unser konkreter Wunsch nach der billigen Tankstelle spielt eine wesentliche Rolle dabei, dass wir auch einen Migrationsstrom haben. Und dass wir jetzt zunehmend ein aus Afrika haben, hängt auch wiederum damit zusammen, dass es in Afrika eben heute schon konkret trockener wird. Und die Leute, die eben noch etwas mehr haben und ein bisschen mobiler sind, die versuchen dann nach Europa zu kommen. Insofern ist es hier und heute schon zu merken, es wird potenziell schlimmer. Unabhängig davon haben Sie recht. Wir müssen konkrete Konzepte zum Beispiel für die Lausitz anbieten und können nicht nur einfach sagen, naja gut, das muss halt irgendwann vorbei sein mit der Kohle. Wir müssen sagen, was ist die Alternative? Und das sind zum Beispiel erneuerbare Energien. Aber die sind ja vielleicht noch nicht so gut, was die Versorgung angeht. Also es wird immer kritisch gesagt, dass wenn man jetzt von heute auf morgen komplett die Energiegewinnung auf erneuerbare Energien umstellen würde in Deutschland, dann würde das Energiesystem zusammenbrechen. Also die sind offenbar noch nicht so weit, oder? Dass sie zumindest dieses hochentwickelte Industrieland wie Deutschland tatsächlich komplett versorgen könnten. Wir reden ja über Strom, Wärme, Mobilität und stoffliche Nutzung wie Dünger und Kunststoffe. Speziell beim Strom, über den völlig einseitig immer nur geredet wird, wäre es ganz einfach, innerhalb weniger Jahre auf 100 Prozent erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz umzusteigen. Da gäbe es wahrscheinlich tatsächlich auch diese eben rein technische Lösung. Bei den anderen Bereichen Wärme, Mobilität oder stoffliche Nutzung wie Dünger, also platt gesagt die Nahrungsmittelproduktion, da wird wahrscheinlich reine Technik nicht ausreichen. Da werden wir auch darüber reden müssen, dass wir ein Stück weit genügsamer werden, zum Beispiel weniger tierische Nahrungsmittel essen. Momentan werden drei Viertel bis vier Fünftel der weltweiten Agrarfläche für die tierische Nahrungsmittelproduktion eingesetzt. Das ist eine riesengroße Ineffizienz, dass wir im Grunde, keine Ahnung, sieben pflanzliche Kalorien verfüttern, um eine tierische am Ende zu haben. Und dementsprechend entstehen auch viele Treibhausgasemissionen, wird viel Natur in Anspruch genommen. Und wenn wir die Ziele, die wir uns eigentlich zum Beispiel global beim Klimawandel gegeben haben, im Pariser Klimaabkommen, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad, besser noch 1,5 Grad zu begrenzen, dann müssen wir im Grunde global in 10 bis 20 Jahren runter auf null oder fast null Emissionen. Heißt das auch weniger verbrauchen? Heißt das auch weniger mobil sein? Heißt das Mobilität einschränken zum Beispiel? Es heißt, dass wir technisch erstmal unglaubliche Möglichkeiten haben und sie endlich auch mal nutzen müssen. Es heißt aber wahrscheinlich auch, dass, wie man das so fremdwortlich so schön nennt, eine Suffizienzkomponente, also ein Stück weit mehr Genügsamkeit dazu kommen muss. Also ein Bewusstseinswandel doch wieder beim Menschen anfangen. Langsam, es geht tatsächlich darum, dass, wenn wir Suffizienz etablieren wollen, wie jeder soziale Wandel muss das von verschiedenen Seiten kommen. Wir brauchen einen anderen politischen Rahmen und gleichzeitig braucht es uns alle, die anfangen, das auszuprobieren. Auch vielleicht nicht nur alleine, sondern gemeinsam mit anderen. So geht Wandel. Sich zusammenschließen mit anderen, sich politisch engagieren in NGOs, in Parteien und damit rechnen, dass sowas von heute auf morgen schwierig ist. Deswegen muss man anfangen und kann nicht sagen, wir fangen in 30 Jahren an. Und vor allem ist es ganz einseitig, glaube ich, wenn man sich vorstellt, dass dann die Welt irgendwie grauböse und traurig wird, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir weniger Auto fahren. Hey, dann sind wir sportlicher. Das macht doch Spaß. Ich bin 45, ich fahre seit 42 Jahren Fahrrad. Ich habe einen Riesenspaß dabei. Und nochmal, meine alten Freunde aus der Schule, die haben alle ihre Wampe vorne dran. Ich habe sie nicht. Und mir geht es wunderbar. Ich liebe auch Fahrrad fahren, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so ein schöner Sportwagen, ich würde wahrscheinlich trotzdem einsteigen. Oder? Also ich meine, das ist ja eine Faszination. Ja, ich sage es nur sozusagen völlig unnachhaltig gedacht und völlig egoistisch gedacht, dass natürlich dieses Gefühl von Beschleunigung ohne etwas tun zu müssen. Das ist ja eine Faszination gewesen, seitdem es das Auto gibt. Ich glaube, es hat sehr viel mit Männlichkeit auch zu tun. Es gab ja schon den Kampf Verbrennungsmotor oder Elektromotor vor 100 Jahren, als das Auto sich etabliert hat. Und viele Männer finden dieses Brumm-Brumm irgendwie scheinbar unheimlich gut. Ich persönlich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, tut mir leid, ich finde es ziemlich lächerlich. Also ich finde das, wenn ich es ganz drastisch sage, dann würde ich sagen, bestimmte Autos kommen mir wie eine Schwanzverlängerung vor. Also auch Geländewagen, jetzt nicht irgendjemanden verunglimpfen, bitte vielmals um Entschuldigung, aber das ist tatsächlich, ich weiß nicht, was das bringen soll. Das ist wieder diese postmetaphysische Welt, wo wir irgendwas suchen, woran wir uns festhalten können. Ja, aber werde ich dadurch zufriedener? Habe ich dadurch eine bessere Ehe, ein besseres Verhältnis zu meinen Kindern? Macht meine Arbeit dadurch mehr Spaß? Oder was kompensiere ich da eigentlich? Ich kann das probieren und Menschen sind halt so angelegt, unser Glück läuft immer so komparativ, so vergleichend. Wir gucken, was haben die anderen und die fahren halt alle mit dem Auto rum. Und wir haben eben x neue Geländewagen und dann sehe ich es beim anderen, muss ich es doch vielleicht auch haben, genau wie das Smartphone. Ich habe kein Handy, kein Smartphone. Vor 40 Jahren hätte keiner gesagt, er ist unglücklich, weil er kein Handy hat. Aber wenn man es heute bei anderen sieht, ist man natürlich abgehängt, wenn man es nicht hat, denken viele. Und Freunde sind genervt, oder? Dass sie sich nicht erreichen. Freunde sind vielleicht genervt, auch Journalisten sind teilweise genervt. Sie haben nicht mal ein Handy. Von Smartphone gar keine Rede, sie haben gar kein Handy. Ja, ja, ich habe genau kein Handy. Da sind insbesondere Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Journalisten häufig genervt. Meine Frau ist auch manchmal genervt. Das kann schon passieren. Aber ich würde auch an der Stelle nicht... Sie isolieren sich damit nicht. Ich würde an der Stelle nicht komplett. Es gibt ja weiterhin Mails und Ähnliches. Aber man muss halt nicht diese Masse an elektronischen Geräten haben. Ich plädiere ja nicht, das wird immer missverstanden. Oder auch sonst, glaube ich, niemand plädiert dafür, irgendwie in die Steinzeit zurückzugehen. Ach zum Glück. Ich bin jetzt ein bisschen beruhigt. Eigentlich, ne. Ich wohne noch nicht in der Höhle. Ich wohne in einer traumhaften Wohnung am Leipziger Hunnenwald. Ich gucke über den Wald. Und gut, das ist auch effizient gelöst, weil Arbeiten und Wohnen so ein bisschen kombiniert ist. Aber es gibt doch so großartige Dinge. Und ob nun die technischen Geräte mal sozusagen mit einem Lebensglück retten, da wäre ich doch ein bisschen pessimistischer. Felix Eckert ist bei uns, der Leipziger Nachhaltigkeitsforscher, hier bei NDR Kultur. Bis zum nächsten Mal. Ich bin kein besonderer Freund von Maxime, auch wenn ich gerne aus Spaß Reime und Gedichte rezitiere. Wenn, dann würde ich vielleicht ironisch von Theodor Fontane das Motto anführen, wäre es mir in die Wahl gegeben, ich führe noch einmal dasselbe Leben. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Ich habe in den späten 80er Jahren mehrere der populärwissenschaftlichen Umweltbücher von Heumann von Dittfurt gelesen. Und das hat mich damals irgendwie sehr beeindruckt. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? In meinem Geburtshoroskop steht der Jupiter im Steinbock. Der Steinbock-Jupiter steht dafür, dass man so richtig zufrieden ist, wenn man seine Arbeit getan hat. Und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr schätze. Wenn ich etwas gemacht habe, einen bestimmten Arbeitsschritt abgeschlossen habe, beispielsweise in der Deutschen Nationalbibliothek gesessen habe und dann mit dem Fahrrad nach Hause fahre. Woran glauben Sie? Das kann ich gar nicht richtig sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Glauben etwas anderes ist, mit Kant gesprochen, als Faktenwissen oder als normatives Wissen, also über Moral oder Recht. Insofern habe ich im Großen und Ganzen, glaube ich, eine agnostische Einstellung. Ich bin da offen für alles, habe keine sehr festgelegte Position. Was finden Sie ist schwerer? Anfangen oder aufhören? Das ist beides nicht schwer. Ich fange äußerst gerne an. Ich bin berüchtigt für meinen schnellen Start, gerne was Neues aufzumachen. Und aufhören fällt mir auch nicht sonderlich schwer. Also einen Punkt zu finden, einfach zu sagen, okay, vorbei, wir müssen weitergehen, finde ich witzigerweise auch nicht so schwierig. Der Nachhaltigkeitsforscher Felix Eckert ist bei uns hier bei MDR Kultur ein Leipziger, seit jetzt ziemlich genau 20 Jahren. Aber Sie sind ursprünglich ein Berliner, um genau zu sein, ein West-Berliner, 1972 auf der Insel geboren, dort groß geworden. Wie haben Sie den Mauerfall eigentlich erlebt? Als Befreiung auch? Ich bin tatsächlich ein typischer alter Berliner, betrug genottischen Vorfahren, deswegen auch meine seltsame Namensschreibweise EKARDT. Und ich bin dann als 17-Jähriger, als jemand, der einen Vater hatte, der aus dem Osten geflohen ist und der deswegen durchaus als Kind öfter mal den Osten erlebt hat, weil wir alte Verwandte besucht haben. Wo war das? Der kam aus Thüringen. Bin dann konfrontiert worden, dennoch, obwohl ich anders als viele andere den Osten ja eigentlich ganz gut kannte, mit diesem Mauerfall als etwas, was mich total überrascht hat. Und der typische Berliner, darf man ja sagen, ist ja außerhalb des Sendegebiets, ist unglaublich stolz auf sich. Ja, und der typische Westberliner hat gesagt, es gibt die Wessis, das sind die westdeutschen Minus, die Westberliner. Die sind doof, die laufen in den Kudamm rauf und drunter, fragen, wo ist denn hier der Kudamm? Und es gibt die Ossis, die sind hinter der Mauer, die sind eh hinter dem Mond. Richtig toll sind nur wir, die Berliner. Und alles, was drumherum passiert ist, war eigentlich egal. Das ist ja in Sven Regen, das Buch und Film, Herr Lehmann, wunderbar parodiert worden. Das ist im Grunde auch mein Lebensgefühl ein Stück weit gewesen, obwohl ich schon damals gesellschaftlich und politisch interessiert war. Da habe ich gewundert, das fanden die ganzen Trabbys hier auf einmal alle lang. Ich habe überhaupt nicht die historische Reichweite erfasst. Also vor allem, das geht ja nicht nur um Deutschland, das ist ja ein Startpunkt gewesen für die moderne Globalisierung und für viele weitere Dinge, die seitdem passiert sind, für das Sterben der Blöcke. Und das habe ich überhaupt so nicht erfasst. Aber das ist so schwer nachvollziehbar von außen jetzt, ich als jemand, der im Osten groß geworden ist. Wenn man dort in Westberlin groß wird, dann weiß man doch, dass man umgeben ist von der DDR. Man sieht ja auch die Mauer, die ist ja physisch da. Die kann man ja nicht ignorieren. Aber trotzdem lebte man da komplett in seiner eigenen Welt, wie in so einer Art Gewächshaus sozusagen. Ich bin uns heute fasziniert darüber, wie stolz viele Menschen in Berlin auf sich selbst sind. Und das war auch der Grund, um vor 20 Jahren gleich zu ziehen. Man kann es vielleicht auch so ausdehend, aber ich würde sagen, bei den Westberlinern gilt das noch ein kleines bisschen mehr. Westberliner sprechen oft von Berlin, meinen aber damit Westberlin. Wenn sie von der Geschichte reden, das hört man immer wieder. Berlin ist, sage ich immer, sarkastisch eine Apartheidstadt. Sie haben die Westberliner, die Ostberliner und die Zugezogenen. Und das ist für die Zugezogenen sehr schwierig, da reinzukommen. Ich selber fand die Situation zunehmend grotesk und bin deswegen auch vor 20 Jahren nach Leipzig gezogen. Was mir sehr viel besser gefällt als Stadt. Sie haben sehr viel weniger Verkehr. Sie haben den wunderbaren Auenwald mitten in der Stadt. Sie haben traumhafte Wohnungen. Und Sie haben ein bisschen ansatzweise in einer Schlag Menschen, mit denen ich persönlich besser klarkomme. Warum? Weil diese massive Beschäftigung mit sich selbst zwar ein Stück weit charakteristisch ist für moderne, individualisierte, pluralistische, globalisierte Gesellschaften. Dieser Prozess aber in den westdeutschen Großstädten, dazu würde ich jetzt eben Westberlin auch zählen, für mein Empfinden noch ein Stück weit weiter fortgeschritten ist. Also diese panische Suche nach der Selbstverwirklichung, nach dem Einmaligen irgendetwas, was einen dann auch da ist der Bogen zuvor hin zu diesen ganzen Fernreisen immer treibt und diesen ganzen SUVs. Und irgendwie muss doch da noch was sein. Und meine Beziehung ist das Größte in der Welt und muss aber irgendwie vielleicht ja doch nicht. Vielleicht gibt es ja noch eine bessere. Das ist so eine Denkweise. Das ist eine ganz schräge Mischung aus einerseits bürgerlichen und romantischen Idealen aus dem 19. Jahrhundert, die wir da vor uns her tragen. Ja, wobei damals ja Nationalismus und Religion auch noch eine Rolle gespielt haben, aber das haben wir sozusagen weggestrichen und sind jetzt so bei diesen privatisierenden Idealen hängen geblieben und tun da jetzt noch ganz viel Konsum obendrauf. Ja, und wundern uns, dass wir die ganze Zeit nicht glücklicher werden. Wie stark spüren Sie eigentlich noch die Ost-West-Trennung? Vielleicht auch zum Teil manchmal in Ihrer Familie. Ihre Frau kommt ja aus Sachsen, soweit ich weiß. Meine Frau kommt aus Sachsen. Ich selber bin natürlich, wenn Sie das jetzt klassisch labeln wollen, irgendwie Wessi. Aber das prägt ja auch. Das kann man ja nicht ganz ablegen. Das kann man nicht ganz leugnen. Wobei ich selber das jetzt nicht mehr so sehr wahrnehme und auch im Austausch mit vielen anderen eigentlich selber das immer wieder interessant finde, tatsächlich, wie Sie sagen, wie das die Leute prägt. Aber ich will nochmal auf Ihre Frau zurück. Gibt es Momente der Fremdheit, wenn Sie beiden sich über bestimmte Dinge unterhalten, politische Themen, historische Themen? Sie können das, wenn Sie sich im privaten Umfeld unterhalten, natürlich immer mal beobachten. Wo Sie merken, wo Sie auch einen Vorwurf bekommen, das kannst du gar nicht verstehen. Oder wir haben das anders erlebt. Oder diese Dinge, das hört man ja manchmal an. Meine Frau ist ja auch eine ganze Ecke jünger als ich. Also meine Frau hat ja wenig Erinnerungen an die DDR. Deswegen spielt das da jetzt tatsächlich keine Rolle. Das spielt vielleicht, wenn man mit Älteren redet, eine Rolle. Aber da bin ich ein Stück weit aber immer raus, weil ich doch für den Wessi, glaube ich, die Ostverhältnisse einerseits selber erlebt habe und auch sonst einiges darüber weiß, weil ich mich immer schon sehr viel Geschichte interessiere. Und deswegen für jemanden, der es eigentlich nicht selber jetzt flächendeckend erlebt hat, vergleichsweise viele Eindrücke davon habe und das auch sehr interessant finde. So hat eigentlich auch mein Interesse für Humanwissenschaften begonnen. Jura, Philosophie, Soziologie stand ja nicht am Anfang. Ich habe eigentlich mit Geschichte angefangen als kleiner Junge, dass ich Bücher über die Antike gelesen habe. Und irgendwie hat es mich scheinbar, obwohl ich gar kein so sozialer Typ bin, immer schon interessiert, was eigentlich Menschen antreibt. Und das ist ja auch im Grunde meine Frage jetzt. Heute, wie geht gesellschaftlicher Wandel, in meinem Fall vor allem, hin zur Nachhaltigkeit? Was treibt Menschen an, wenn es eben nicht nur Wissen und Umwerthaltungen sind? Ihre Liebe zu Leipzig ging ja so weit, dass Sie sogar Oberbürgermeister werden wollten. Das ist jetzt auch schon wieder dreieinhalb, fast vier Jahre her. Sie waren Kandidat. Das ist viereinhalb Jahre her, ja. Viereinhalb Jahre ist es her, Sie waren Kandidat, haben sich getraut, gegen Burkhard Jung von der SPD anzutreten als grüner Kandidat. Die Chancen lagen, naja, ich würde mal sagen, wenn man jetzt das positiv sieht, vielleicht bei 10 bis 15 Prozent, dass Sie tatsächlich Oberbürgermeister werden würden. Andere würden sagen, bei 0 Prozent. Warum sind Sie trotzdem angetreten? Ich würde sagen, die Chancen lagen bei 0 Prozent. Deswegen hatte ich in der Tat gar nicht die Notwendigkeit für mich zu klären, ob ich jetzt tatsächlich meinen Lebensplan ändern will. Ich bin eigentlich jemand, der gerne denkt. Ich bin Wissenschaftler. Ich argumentiere, ich rede, ich schreibe auch in populären Medien in der Zeit, in der Süddeutschen für solche Gespräche wie das hier mit Ihnen. Und ich musste, ich hätte mich eigentlich ein Stück weit fragen können, will ich jetzt tatsächlich A, überhaupt Politiker und B, Kommunalpolitiker werden? Das hatte ich eigentlich zu einem früheren Zeitpunkt meiner Biografie schon mal ausgeschlossen. Ich musste die Frage mir aber tatsächlich nicht stellen, weil tatsächlich weitgehend klar war, ich werde das nicht werden. Und gleichzeitig ist es mir essentiell wichtig, dass Menschen, also alle, aber eben auch die, die gerne komplex nachdenken, sich konkret gesellschaftlich engagieren und Input geben und auf das Level, was gerade gefragt ist hier, auf das der Kommunalpolitik runterbrechen, das, was Sie meinen zu sagen zu haben. Das war wahnsinnig interessant für mich. Aber ist das nicht unfair gegenüber den Wählern, wenn man antritt und sagt, ich habe eh keine Chance? Das verstehe ich nicht, weil ja nicht ich dafür ursächlich bin, dass ich keine Chance habe. Also ursächlich dafür ist die Wählerstruktur, die wir hier haben in Ostdeutschland. Also ich habe es ja nicht verursacht, dass die Grünen keine größeren Gewinnchancen haben. Aber wenn Sie ehrlich wären, hätten Sie dann gesagt, Leute, ich habe eh keine Chance, ihr müsst mich gar nicht wählen, ich bin nur ein Symbol oder ich bin nur ein Vorbild für politisches Engagement, aber ich kann und will es gar nicht werden, oder? Nee, das ist es. Ist das ein demokratischer Prozess? Das ist es nicht alleine, weil in dem Moment, wo Sie antreten, in dem Fall als Grüner, ich hätte auch irgendwie bei anderen antreten können, aber ich bin halt, bin eben von der Tendenz am ehesten Grüner und bin auch seit lange Mitglied, wenn auch sonst eher Karteileiche. Ich kann ja bestimmte Themen setzen und ich fördere damit, dass diese Themen früher oder später auch in der politischen Realität in konkreten politischen Maßnahmen ankommen, selbst wenn ich nicht gewählt werde und nicht selber sie umsetzen kann. Das haben Sie auch bei uns gesehen. Also beispielsweise haben wir massiv gefordert, die Radwege in Leipzig zu verbessern, wir die Grünen in dem Fall. Weil wir oder ich haben massiv gefordert, das Radwegesystem zu verbessern, das schon einiges passiert in den letzten viereinhalb Jahren oder völlig platt und handfest. In Leipzig gibt es einen Riesenkonflikt eben um den Kita-Ausbau, weil eben der Oberbürgermeister, den Sie bereits namentlich nannten, gerne zum keinen anderen Fokus hat. Ja, auf Lindenauer Hafen und ähnliches. Und wir haben damals sehr deutlich als Grüne gesagt, ich habe sehr deutlich gesagt, wir müssen das mit der Kita ernster nehmen, wir müssen früher für frühkündliche Betreuung in ausreichendem Umfang sorgen. Und da sind diverse Dinge schiefgelaufen im Jugendamt. Kurz nach dem Wahlgang ist der Jugendamtsleiter abgesetzt worden von Burkhardt-Jungen. Ich glaube nicht, dass das passiert wäre, ohne dass wir den Wahlkampf gehabt hätten. Felix Eckert von den Grünen, der also Oberbürgermeister von Leipzig, naja, nicht richtig werden wollte, aber zumindest angetreten ist, außerdem ist er Nachhaltigkeitsforscher. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief Name Felix Eckert Geburtstag 1.04.1972 Geburtsort West-Berlin Profession Jurist, Philosoph, Soziologe und Religionswissenschaftler. Eigentlich heute transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforscher. Was treibt Sie an? Ich denke gerne, ich verstehe gerne, was Menschen faktisch antreibt und ich denke auch gern darüber nach, was richtig ist, im ethischen oder rechtlichen Sinne. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Primär in Leipzig, vielleicht noch in Berlin, globaler gesprochen, in Mitteldeutschland, in seinen wunderbaren Städten und in Europa. Welche Musik hat jüngst berührt? Ich liebe bis heute klassische Musik Rachmaninoff und Mendelssohn zum Beispiel. Ich bin aber auch seit über 30 Jahren sehr großer Depeche-Muth-Fan. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Was jetzt ungerichtetes Interesse angeht, habe ich zuletzt die zwei Bücher von Yuval Harari, Homo Deus und Eine kurze Geschichte der Menschheit gelesen. Lesen Sie die Zeitung analog oder digital? Meistens digital. Ich habe aber prinzipiell auch gerne analog was in der Hand. Wie beginnt der Tag? Ich bin da sehr flexibel. Mein Tag beginnt zwischen morgens um vier und morgens um halb neun. Meistens dadurch, dass meine Söhne mich wehren. Felix Eckert ist bei uns. Herzlich willkommen bei MDR Kultur. Hallo. Zwischen vier und halb neun. Das ist eine große Bandbreite. Wieso schon um vier? Ihr kleiner Sohn macht Sie wach? Ich habe zwei kleine Söhne. Die stehen aber eigentlich nicht so früh auf. Ich habe viele Vortragsreisen und ich kann auch zu sehr unterschiedlichen Tageszeiten sehr gut arbeiten und was mit dem Tag anfangen. Also auch Nachtarbeiter zum Teil? Das kommt schon vor, wobei ich es mir eigentlich ein kleines Stück weit abgewöhnt habe. Und Nachtarbeit mache ich dann schon eher oder würde ich nicht eher das nennen, was morgens um vier oder fünf beginnt. Das mache ich tatsächlich auch nicht so oft, sondern eher, wenn man abends lange macht. Aber ich mache tatsächlich nicht mehr so oft bis nach um zwölf. Und Sie sind Nachhaltigkeitsforscher. Dieser Begriff ist ja noch gar nicht so alt. Das ist ja einer, der seit ein paar Jahren eigentlich so ein bisschen erst im Gespräch ist. Nachhaltigkeit. Also früher sagte man vielleicht grüne Themen oder Umweltthemen. Jetzt geht es um Nachhaltigkeit. Es ist gar nicht so einfach, das zu definieren. Das heißt, man tut etwas, ohne die nachfolgenden Generationen zu schädigen. Ist das Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist das Ideal, so zu leben und zu wirtschaften, dass es auch dann noch gut geht, wenn alle Menschen weltweit und auf Dauer in einer bestimmten Weise leben. In diesem Sinne ist das, was wir in Deutschland, in Europa machen, ziemlich Bedürfnissen gehabt zu meinen Arbeiten über Grundrechte und Demokratie zurückzukommen. Übrigens auch eben über den Nationalstaat hinaus. Darum geht es ja bei Klimawandel. Können wir jetzt einfach verbrannte Erde nach uns hinterlassen oder einen anderen Teilen der Welt hinterlassen? Und in dem Rahmen habe ich mich eigentlich gefragt, ist das tatsächlich nur der Populismus, der gerade die Demokratie untergräbt? Oder was steht eigentlich dahinter? Sind das wirklich nur so aktuelle Entwicklungen? Es gibt jetzt halt Digitalisierung und Facebook und dadurch können alle möglichen Leute seltsame Dinge posten. Fake News. Fake News sozusagen, das Schlagwort dafür. Was gleichzeitig die Intellektuellen aber mit vorbereitet haben, indem sie den Wahrheitsbegriff im Grunde versucht haben zu beerdigen in den letzten 50 Jahren. Und genau dieser Bogen, da wird es interessant. Irgendwie so ein bisschen Wahrheit als Konzept in Frage zu stellen, so schwierig sie auch zu finden sein mag im Einzelnen, kommt ursprünglich gar nicht von den Populisten. Stopp, jetzt sind die Intellektuellen verantwortlich für den Aufstieg des Populismus? Sie sind teilweise dafür verantwortlich, weil ihre Konzepte im Grunde von Leuten wie Donald Trump jetzt gekapert worden sind. Das sind ursprünglich postmoderne Intellektuelle gewesen, die gesagt haben, Wahrheit, das ist nur ein Machtkonzept. Dass man alles in Frage stellt, oder wie? Ja, man muss im Grunde alles in Frage stellen und auch die Wahrheit. Nur haben leider die Intellektuellen dabei vergessen, dass man dann auch das in Frage stellen vergessen kann, weil auch dafür braucht man einen Maßstab. Wenn man irgendwas kritisiert und gleichzeitig aber sagt, es gibt sowieso keinerlei Maßstäbe, ist eher alles beliebig, dann braucht man auch nicht mehr diskutieren. Welchen Wahrheitsbegriff haben Sie denn? Womit gehen Sie sozusagen täglich? Also wie informieren Sie sich? Wie bilden Sie Ihr Weltbild? Ich mache es vielleicht mal jetzt nicht mit der Wahrheitstheorie, sondern ganz konkret. Ich prüfe, oder ich stelle es zumindest mal logisch fest, die prinzipielle Möglichkeit von Wahrheit bei Fakten und auch die prinzipielle Möglichkeit von Richtigkeit bei Werten, bei Aussagen darüber, was richtig ist, können Sie nicht in Frage stellen, ohne sich selber zu widersprechen. Weil wenn Sie sagen, es gibt eh keine Wahrheit, nur was ich sage, ist richtig und ist wahr und richtig, dann postulieren Sie wieder ein eigenes Konzept. Sie widersprechen sich also selbst. Sie sagen, es gibt keins und dann präsentieren Sie selber eins. Ich selber versuche, mich breit zu informieren, versuche auch breit über vieles nachzudenken und möglichst weniges selbstverständlich zu nehmen. So ist eigentlich auch mein breites Interesse an verschiedenen Disziplinen entstanden. Aber was glauben Sie? Was glauben Sie? Wo sagen Sie, ja, das stimmt, das ist so? Das kann man nicht allgemein in einem Satz beantworten. Man muss Dinge tatsächlich umfassend prüfen und ich bin natürlich für manche Dinge Experte, für andere nicht. Es wäre lächerlich, wenn ich mich jetzt für alles zum Experten erklären würde. Aber was die Dinge angeht, an denen ich selber arbeite, ist es tatsächlich so, dass ich mich zum Beispiel sehr wenig wissenschaftlich auf eine Schule oder eine Disziplin beschränke. Ich gucke da gerne breit, weil kommen wir vielleicht mal kurz zum Kurzschluss zurück. Ich habe das Buch eigentlich gemacht, weil ich gedacht habe, also einerseits spielen die Intellektuellen selber eine Rolle beim Aufkommen des Populismus und andererseits, was ich fast noch viel wichtiger finde, diese einfachen Wahrheiten, die den Rechts- oder Linkspopulismus kennzeichnen, die sind keineswegs nur eine spezifische Eigenart des Populismus. Die sind im Grunde wahrscheinlich seit der Steinzeit ein Stück weit eine allgemeinmenschliche Eigenart. Die Welt ist zu groß, zu komplex für uns. Und das gilt für die moderne Welt umso mehr. Untersuchen wir uns unsere einfachen Analysen, einfachen Lösungen und unsere einfachen Sündenböcke. Das weiß jeder Diktator der Weltgeschichte. Deswegen sind die Ausländer, die Juden, die Kapitalisten, wer auch immer, die herrschende Klasse, so gerne der Sündenbock. Es ist immer alles einfacher, als sich vorzustellen, dass verschiedene Kräfte komplex zusammenwirken, was implizit auch immer heißt, ich selber spiele auch eine Rolle. Der Klimawandel, der hängt natürlich damit zusammen, dass wir in einer bestimmten Weise wirtschaften. Da spielt auch der Kapitalismus eine Rolle. Der Kapitalismus wird aber von Menschen gemacht. Und er wird von Menschen durch Wahlentscheidungen und Kaufentscheidungen aufrechterhalten. Und wenn das sich nicht ändert, wird es nicht allein in den Unternehmern und Politikern liegen. Da spielen wir alle auch eine Rolle. Und wenn wir das ändern wollen, dann hilft es nicht allein, über die anderen zu reden. Und diese einfachen Wahrheiten, dass man diese Komplexität nicht zulässt, die finde ich ganz, ganz schwierig. Auch bei Themen wie Terrorismusbekämpfung. Die Terroristen sind halt doof, weil sie doof sind. Aber dass wir selber den Terrorismus auch über Jahrzehnte gefüttert haben. Nicht nur ganz direkt durch Förderung manchmal, sondern auch indem wir diesen Ölhunger haben und dadurch die unhaltbaren Zustände im Nahen Osten über Jahrzehnte selber gedeckt haben. Als Bürger und eben Politiker westlicher Staaten, darüber reden weniger. Aber diese Impulse tatsächlich sozusagen etwas zu vereinfachen und die Komplexität rauszunehmen, das sind doch eigentlich ganz menschliche Impulse, oder? Und es gibt ja auch viele Menschen, das kommt ja noch hinzu, glaube ich, für den Erfolg des Populismus, das Gefühl haben, abgehängt zu sein, nicht verstanden zu werden von den etablierten Parteien, von den etablierten Medien, einfach nicht mehr Teil all dessen zu sein. Ich würde dazu zweierlei sagen. Erstens, in der Tat, es ist eben allgemein menschlich, dass die Welt ein Stück weit zu komplex für uns ist. Und wenn wir überlegen, wir laufen immer noch, so viel auch an dem, was wir alltäglich tun, kulturell geprägt sein mag, wir laufen immer noch mit den Genen von Steinzeitmenschen herum, die im Grunde einerseits gegeneinander häufig in Konkurrenzsituationen standen und gleichzeitig als Gruppe gegen Gruppe, häufig in so gruppenegoistischen Konkurrenzsituationen standen, weil sie ja überleben wollten. Wir sind die Nachfahren von Leuten, die überlebt haben, die sich durchgesetzt haben. Und deswegen ist zum Beispiel dieses ganze Reden von Klimaschutz eine riesengroße Herausforderung, dass ich als Gruppe gegen eine andere Gruppe antrete, meine Familie gegen andere, meine Nation gegen andere, vielleicht mein Fußballverein gegen andere, das ist vom Bauch her plausibel. Aber dass ich mich jetzt um den Bauern in Bangladesch kümmern soll, der in 50 Jahren vielleicht kein Land mehr hat, das fühlt sich vom Bauch her sehr schwierig an. Und da kommt jetzt, das ist das Zweite, noch was anderes dazu. Wir sind in einer Welt mit 7,47 Milliarden Menschen und gleichzeitig nehmen wir uns in Zeiten des Individualismus immer wichtiger. Und irgendwie hört mir keiner zu. Die anderen wollen auch alle, in Anführungszeichen, noch selber reden und keiner will mir zuhören. Und das erzeugt natürlich Frustration. Und dann vergleichen wir uns gerne vom Glücksempfinden mit anderen. Also auch so materiell, in der postmetaphysischen Zeit, irgendwas muss mir ja den Lebensinhalt geben. Ich sehe, andere Leute haben wahnsinnig viel. Der Bohlen, der hat irgendwie hier diese ganzen Autos und da gucke ich mir RTL 2, ja, will ich vielleicht auch haben. Das ist eine naheliegende Reaktion, allerdings keine, die uns wirklich weiterhilft. Dann wünsche ich frohes Weiterdiskutieren auf allen Ebenen. Felix Eckert war bei uns hier bei MDR Kultur, Jurist, Philosoph, Berater, Nachhaltigkeitsforscher und ein Mann, wie gesagt, der auch mal Oberbürgermeister von Leipzig werden wollte. Zumindest für die Grünen dafür angetreten ist. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Eckert. Ich bedanke mich. Es war mir ein großes Vergnügen und das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Agilika Zapf. Die Musik hat Kai-Erik Ziegenrücker zusammengestellt. Mein Name ist Wladimir Balzer. In der kommenden Woche ist Oliver Rank bei uns, Schauspieler aus Halle. Ein Mann, der gerne improvisiert. Demnächst ist in Halle das Impronale-Festival zu erleben. Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de